Hallo, ich bin's, euer Martin von Vigor. Heute kümmern wir uns um das Thema Bremsen. Ich habe mich für zwei Werkzeuge entschieden, die ich heute mitgebracht habe. Einmal den Bremsleitungsschaber, ganz praktisches Werkzeug, um Bremsleitungen zu entrosten, können wir direkt am Auto einsetzen und einmal das Bremsleitungsbördelgerät, auch das in der kompakten Bauform, so können wir das auch direkt am Auto einsetzen, damit kommen wir fast in jede Ecke rein. Sehr praktisch, wie das in der Praxis aussieht, zeige ich euch jetzt. Wir sind hier unterm Auto, wir haben uns eine Stelle ausgesucht, um die Werkzeuge zu zeigen. Das Auto ist noch so frisch, hier rosten die Bremsleitungen nicht, das müssen wir uns vorstellen. Angenommen, die Leitungen würden hier rosten, können wir schön mit dem Bremsleitungsschaber hier auch an engen Stellen arbeiten, könnten das hier entrosten. Sehr praktisch, wie ich finde, man kommt mit dem Teil wirklich an Ecken, da kommen andere Werkzeuge nicht hin. Angenommen, die Leitung wäre so stark korrigiert, dass wir sie austauschen müssen, spielt auch hier der Vigor Bremsleitungsbördler seine Stärken aus, der kann an ganz engen Stellen arbeiten. Die Stellen sind so eng, da kommt unser Kameramann nicht hin, deshalb zeigen wir euch das separat. Unterm Auto ist nicht genug Platz, deshalb bördeln wir hier einmal mit dem Bördelgerät unter Laborbedingungen. Das Ganze setzt sich so zusammen. Wir können das Werkzeug jetzt hier vorne den Schiebbegrenzer einschrauben. Durch die Bohrung sehen wir auch genau, bis zum Strich ist jetzt der Anschlag. Die Bremsleitung abgeschnitten, führen wir von hinten in das Werkzeug ein, automatisch bis an den Anschlag ran. Kann man hier durch diese Bohrung noch mal kontrollieren, schön. Jetzt werden die Schrauben hier angezogen, schön gleichmäßig, handwarm festziehen. Jetzt können wir den Anschlag entfernen, kontrollieren noch mal, und jetzt die Leitung bündig mit dem Strich. Jetzt kommt der nächste Einsatz mit dem Bördelnegativ vorne dran zum Einsatz. Die Spitze fetten wir ein bisschen ein und so einfach kann es sein, drehen den hier vorne ein, bis wir anliegen. Hier kommen wir von Hand nicht mehr weiter. Wir nehmen auch hier die Ratsche bis zum Anschlag. Bördel wieder raus, öffnen das Werkzeug und schon haben wir hier den perfekten Bördel. Danke fürs Zuschauen und bis bald! Bis zum nächsten Mal!